ja Beulat zurück zurück auf was ist Part 5 ist endlich da ähm ähm ja was soll ich dazu sagen ja Part 5 ist da endlich nach... ok ich hab die Woche nicht gezählt um ehrlich zu sein ich hab zwei, drei Wochen ähm es ist ein Update passiert was sehr viele Megabyte hatte also was heißt so viel ein paar eigentlich relativ viel Literal Update ich frage mich zwar nur was hinzugefügt wurde außer hier dieses ihr wisst was dieses diese Ketten hier bei den ach ihr wisst schon die sind geil ach ihr wisst schon und dass die Bewohner sprechen können ähm also so Sprechblase also da kam der Scheiß Emojis und Herzen und Idons noch weil sie würde mal er würde das kein Kinderspiel ist deinem Willen Schimpf wird sein bei dir würde ich mir schon vorstellen was willst du ok sie Silas hat wieder seine Probleme ok äh ja was soll ich heute bauen ich brauche erstmal Holz ich lebe die Fackel mit weil ich zu faul bin äh eine Fackel zu bauen das ist ein Wurm sehr interessant also das hat uns jetzt alle bewegt im Herzen ähm ich bin ja wieder ganz motiviert dran dieses ja sieh das dritten trinkt natürlich wieder champagne ja und ja solange es soll die Folge jetzt auch nicht werden ich hab jetzt zwar kein Teile gestellt weil ich zu voll dafür bin das ist es kommt schon das warte wie Holz haben wir 34 das das hilft auf keinen Fall sagen wir es war ganz fertig los schleim schleim du musst dich über ja tötet den und so ah er hat was getroppt es gibt es gibt nur einen Abwehr das heißt es ist gut wieviel Abwehr habe ich oh zwei göttlich gibt es einfach keinen ok dann halt nicht ach ihr seht ja überall Bäume tja ähm dann muss ich hier wohl eine Holzfarbe ja wie gesagt abonniert den Kanal eigentlich wollte ich schon wieder ein 400 eigentlich wollte ich das 400 Abo Spezial machen aber wir haben natürlich keine 400 Abonnenten zum zweiten Mal das bringt auch gar nichts ich glaube ich mache überhaupt kein Spezial äh das Video guckt eh keiner ja wie schon letztes zwölfminutige journey Video was fünf Mitleidsaufruf hat und das kann doch nicht sein also leute wirst du weils ich wusste es mal hab ich mal irgendwo eingegeben bei Google oder so pass auf ja kommt ich mal ja ja es passt sogar auf zu Valley weil das ist halt so ein verlassenes äh Gebiet von der Fabri ja das ist es ist es passt schon ich warte immer noch auf den Online-Spielen Star Valley Sternendorf was passt eigentlich ganz gut das hat ja auch mit so Sternenfrüchte das sind ja diese magischen Früchte das passt schon irgendwie irgendwie passt alles immer was ist jetzt los Oh korrekt Ihren Mann Hör auf zu lügen das ist ne Ehrenfrau ich bin sie die Seele du Sexist Ich bringe ein scheiß Skelett um Danke jetzt ist ein scheiß Zombie Beeil dich bitte Danke jetzt das scheiß Auge beeil dich bitte Es ist eine Schweinung was ich habe eine medaille gewonnen okay danke danke dass du mich einmal einen preis gewinnen ist zombie kein bock auf dich du bist scheiße ich war weiter ist über stern schnuppen die könnten wir sogar gebrauchen ich hab drei wie ich brauche doch andere zwei dann bin ich schon zufrieden ganz ehrlich geht es auf stern schnuppenjagd weil ich ich weiß ich glaube ich spezialisiere mich eher auf mana waffen diesmal nicht auf fernkampfwaffen wie sonst mal ja ich hab das hausbaut eigentlich warum bin ich jetzt hier reingegangen ach ja um da war ich das und und ich will diese sonst ich will diese schutzbrüder haben so jetzt jetzt bin ich wie heißt der youtuber noch mal der immer so ein amerikanischer terrarium war egal sehr bekannt ja die wollte hier einlösen so froh 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 beutling ja wird hier so das kann doch mit der scheiße fährt okay dann sei zu zickig und sie lasse auf du zicke ich bin ich bin schon zu gehypt auf das er die bekoste gespielt das kann ich beschreiben ist das neue ne was das alte du bist immer noch bei dark hue video gucken hab ich dich eben schon drauf aufgefordert weil du musst das ja gucken damit die klicks reinkommen was sonst guckt es ja keiner sag du die wahrheit meine baukünste könnte ich auch mal wieder ein bisschen verbessern ich brauche einfach flügel das geht halt viel ah diese augen man die fliegen doch einfach weg wollen die mich nicht töten oder wollen die einfach nur nerven ich glaub die wollen einfach nur nerven das auge dort denkt sich auch so dort hinten im gewicht mein leben mein leben ist vorbei ich bin jetzt hier gefangen obwohl der tag beginnt natürlich dürfte ich eigentlich nicht mehr existieren nirgends das ist warum wo er gesprochen hat er hat doch gesagt amerika also ist die welt ja dann hat kohle wahrscheinlich gelogen kalifornien passiert viele erdweben aber Tornados wenn man die an die Wörter das Wort bleibt es ist sechs Stunden wird in den Tornau in Kalifornien also muss in Kalifornien sein, woanders kann das ja nicht das sollte das nicht nein, was ich tue nicht wir sind kann muss ich auch nicht er hat mich auch ein scheiß Trick interessiert hat sich scheiß an die Stadt sind wie Obama äh, nein, ah, mann, ich hasse dieses Neubau-System das scheiß, geht dort, das geht mir so oft die Nerven und die Schleime noch mehr grün, grünschleim, schleimig, grünschleimig, grünschleimig, okay, grünschleimig, gut dann sind das halt keine Schleime mehr, aus dem Chaos 24 und 40 der keine Videos faked ich muss echt mal auf- und auf- und nach- 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 das wird das wird eine tolle Hütte dazu können wir nichts sagen diese Hütte die ist doch Secret was dorthin kommt diese Hütte wird einfach super dann nehme ich gleich gleich wieder so ein richtig Clickbait Thumbnail wo ich einfach so ein Palast mir bei Google suche dann auf mein eigenes auf dem Gameplay von Terraria suche und dann drauf poste und dann hinschreibe Geheimnisprojekt nein das war eine Arena die zerstört wurde weil Terraria den Spielstand gelöst hat habe ich mit Eric gebaut nee ich liebe es irgendwas wo ich als allererstes bei dir war nein das war kein Palast das ist doch kein Palast gewesen du Flaube das ist bei zu Hause gewesen das ist das Haus das wird doch überarbeitet wie gesagt das ist Secret Projekt ich weiß zwar auch noch nicht was ich dort mache ich weiß etwas ich habe Sterne Flasche Flasche dies ist der Anfang der Ära das ist das ist das ist so ein schönes auch so sie muss ja das wieder angucken damit damit ich wenigstens zwei Klicks das bekommen das ist so drücken los die gewaltigen die dort mit Ball oder kommt das warum geht das von hier nicht auf ist das in die Behinderten oder so ja was für geheimnis wird dass sie selbst sie selbst sie ich bin dass sie kaufen können wie viel ein gold ich muss sparen das bedeutet nichts gutes wenn ich sparen muss ja ok das hier einfach ein Oeferchen so das war es mit dieser langen Folge ich hab dich auf die Oefer guckst wahrscheinlich 90 Minuten gefühlt und ja dann tschö Leute äh bei Leute ist ein Abo da wie gefühlt ja das ist einfach was ist das was ist das für ein der 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 der